Hallöchen, weiter geht's mit unserem Ex on the Beach Tag. Diesmal schauen wir uns das Statement von Carina an zur 10. Folge Ex on the Beach, die ja gestern rausgekommen ist. Mal wieder ein kleiner Hinweis vorab, es wäre sehr, sehr hilfreich für mich, wenn ihr meinen Channel abonnieren würdet. Das erleichtert es mir sehr beim Aufbau der Reichweite. Für euch ist es natürlich auch gut, weil ihr da nichts mehr verpasst. Likes sind auch immer super und Kommentare sind quasi die Königsklasse. Wenn ihr keinen Bock habt, irgendwas zu schreiben und eure Meinung mitzuteilen, dann ist das auch vollkommen okay. Dann flutet einfach wie immer die Kommentare mit euren Emojis. Finde ich auch immer super und hilft mir auch sehr. So, bevor wir jetzt mit Carinas Statement starten, sage ich schon mal eine Sache. Und zwar, ich bin ja vorhin im Video über Lauras Statement auch schon ein bisschen darauf eingegangen, wo so die Unterschiede liegen können zwischen den beiden Situationen. Das heißt, dieses Dreieck Carina, Paulina, Yassin und dieses neue Dreieck Laura, Carina, Yassin. Es gibt im Internet viele Leute, die die beiden Situationen als eins sehen. Die sagen, ja, das ist quasi dieselbe Situation und endlich bekommt Carina ihre eigene Medizin zu kosten und jetzt wird ihr angetan, was Paulina angetan wurde und so weiter. Dann gibt es die anderen Leute, die sagen, diese beiden Situationen haben 0,0 miteinander zu tun. Das sind zwei ganz unterschiedliche Situationen. Meiner Meinung nach liegt die Wahrheit wie immer oder wie ganz, ganz oft zumindest in der Mitte. Denn ja, an sich gibt es sehr viele Unterschiede zwischen diesen beiden Situationen, auf die wir auf jeden Fall noch eingehen werden. Aber es gibt schon an sich eine Gemeinsamkeit beziehungsweise ein paar kleine Gemeinsamkeiten. Es sind halt wieder drei Leute involviert. Es ist mal wieder so eine Art Liebesdreieck. Und es geht eben darum, dass zwei Leute miteinander flirten und eine dritte Person davon verletzt ist und sich wünscht, dass mehr Rücksicht auf ihre Gefühle genommen wird. Ob das jetzt legitim ist oder nicht, ist die andere Sache. Darüber kann man sich streiten. Aber im ersten Dreieck hatten wir eben Yassin und Carina, die miteinander geflirtet haben. Davon war Paulina verletzt und hat sich mehr Rücksichtnahme gewünscht. Und jetzt haben wir eben Yassin und Laura, die miteinander flirten. Und Carina ist davon verletzt und wünscht sich mehr Rücksichtnahme. Deswegen, ja, ein paar Überschneidungen gibt es da durchaus, aber auch große Unterschiede. So Leute, wir starten jetzt die Fragerunde. Und ich glaube, das ist die perfekte Frage, womit wir anfangen können, weil ich diese Frage 100 Millionen Mal bekommen habe. Und ich finde, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich nicht mal annähernd in der gleichen Situation war wie Paulina. Weil Yassin war weder mein Ex-Freund noch, habe ich ihn 100 Mal verarscht und belogen und betrogen. Yassin. Also ich muss hier direkt mal eben kurz unterbrechen, denn Carina sagt ja quasi in jeder Woche in ihrer Fragerunde, dass Paulina Yassin 100 Mal verarscht hat, 100 Mal belogen hat, 100 Mal betrogen hat. Ich, für mich ist das jetzt nicht so eindeutig. Also wir hatten ja dieses Gespräch am Strand ganz am Anfang, wo wir ja erfahren haben, dass Paulina tatsächlich Yassin belogen hat. Was jetzt diese anderen Männer, diese Fitness-Influencer oder was die da waren, aus England kamen die, glaube ich, dass sie da eben im Urlaub mit denen Zeit verbracht hat. Ja, da hat sie Yassin belogen. Und er vermutet auch, dass sie ihn betrogen hat. Da sagt sie ja nein. Was haben wir denn da noch? Also was haben wir denn da, oder was habe ich denn da vergessen? Oder wissen wir da gar nicht mehr? Weil ich finde, Carina sagt die ganze Zeit 100 Mal belogen, 100 Mal betrogen und so. Und ich weiß davon gar nichts, dass das jetzt irgendwie 100 Mal vorgekommen ist. Und dass bewiesen ist, dass sie ihn betrogen hat, das wusste ich vorher auch nicht. Also ich finde es ein bisschen schwierig, das jetzt einfach als Tatsache darzustellen, obwohl es eigentlich gar keine Tatsache ist, wo jetzt Aussage gegen Aussage steht. Ja, kann sein, dass sich das so zugetragen hat. Und wir wissen ja auch, dass Paulina mindestens einmal in der Vergangenheit fremdgegangen ist, als sie mit Dominik geschlafen hat, während sie mit Henrik zusammen war. Ob das jetzt bei Yassin auch der Fall war, wissen wir aber nicht. Und wenn Carina da aber mehr Informationen hat, dann finde ich, sollte sie uns die Informationen schon geben, damit man das besser nachvollziehen kann, warum sie immer wiederholt, dass Paulina Yassin 100 Mal belogen und betrogen hat. Yassin hat von Anfang an zu Paulina gesagt, dass er sich nichts mehr mit ihr vorstellen könnte. Und dass das Ding für ihn durch ist. Bei mir und ihm war es ja eher so, dass wir uns auf eine ganz ehrliche und ernste Art und Weise kennengelernt haben. Und dann jemand Neues reinkam und er so nach dem Motto, okay, ich habe jetzt was Besseres gefunden, ich schmeiße sie weg. Finde ich, sind zwei komplett unterschiedliche Schuhe. Ja, da würde ich zustimmen, das sind für mich persönlich auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Klar, beide Frauen haben sich Rücksichtnahme gewünscht, aus unterschiedlichen Gründen. Bei Paulina muss man natürlich immer dazu sagen, hat Yassin ja auch mit ihr geschlafen. Und Paulina trägt dann natürlich auch eine Eigenverantwortung, kann natürlich sagen, nee, mache ich nicht. Aber es wäre trotzdem von Yassin nett gewesen, wenn er einfach nicht mit Paulina geschlafen hätte. Gerade nicht, wenn sie einfach die zweite Wahl war. Es war schon ein bisschen, finde ich, nachvollziehbar, dass sie dadurch wieder Hoffnung bekommen hat, weil ja gar nicht darüber geredet wurde, was das jetzt bedeuten soll. Auch wenn die beiden anscheinend in der Vergangenheit ab und zu mal ihren Spaß miteinander hatten. Aber gut. Dann am nächsten Tag hat Yassin das ja erst mal, ja, alles so ein bisschen versucht, unter den Tisch zu kehren. Im Endeffekt kam es aber dann doch dazu, dass Yassin ihr gesagt hat, ja, sorry, du warst die zweite Wahl. Ich habe nur mit dir geschlafen, weil ich von Carina eine Abfuhr bekommen habe. Das hatte nichts zu bedeuten. Ich habe keine Gefühle mehr für dich. Also dann hat er ihr wieder verbal eben klargemacht, genauso wie vorher, dass er eben nichts mehr von ihr will und hat ihr das auch bis auf diese Miteinander-Schlafen-Geschichte immer kommuniziert, dass zwischen den beiden eben nichts mehr wird. Bei Carina, ja, war es natürlich anders. Carina hat er kommuniziert, dass er sie kennenlernen will. Er hat ja am Anfang diese Scheiß mit Paulina gebaut und hat danach Carina versprochen, es gibt keine linke Scheiße mehr. Was ich auch des Öfteren im Internet gelesen habe, wo ich auch nicht zustimme, ist, dass Leute geschrieben haben, Carina ist selbst schuld, denn Yassin kennt man ja so, damit muss man rechnen. Also, klar kann man sagen, es ist ein bisschen naiv, vor allem die Aussagen, die sie in der letzten Folge getätigt hat, dass sie dachte oder dass sie die Hoffnung hatte, dass Yassin doch anders ist. Das ist eine Sache, die man wirklich oft hört, gerade von Frauen, vielleicht auch manchmal von Männern, aber ich persönlich habe es in meinem Leben immer nur von Frauen gehört, dass Frauen eben die Hoffnung hatten, einen Bad Boy oder einen F-Boy zu ändern, weil sie eben das Besondere sind und zwischen den beiden ist das so eine besondere Connection und es wird ganz anders als mit den anderen Frauen und so. Nein, nein, nein. Vielleicht in 0,05 Prozent der Fälle ist das vielleicht so, aber wenn ein Mann ein Bad Boy ist, und ja, das gilt auch umgekehrt für Frauen, aber wie gesagt, ich kenne eben nur Beispiele, die andersrum sind, ich persönlich. Also, wenn ein Mann eben ein Bad Boy ist oder ein F-Boy, dann wird er mit dir sehr, sehr wahrscheinlich dasselbe machen wie mit den anderen Frauen zuvor, es sei denn, er arbeitet an sich selbst, aber das liegt dann nicht an der Frau. Du bist nicht mehr besonders als irgendeine der anderen Frauen. Die dachten auch alle, die sind besonders, sind sie auch. Ihr seid alle für euch besonders, aber das heißt nicht gleichzeitig, dass dieser Mann, dieser Bad Boy, das wertschätzt. Auch das, finde ich, sind zwei ganz unterschiedliche Paschur, weil ich finde, es ist immer ein Unterschied, wenn du deinem Partner Respekt zeigst oder irgendwelchen anderen Menschen, weil dein Partner steht immer über alle anderen, finde ich. Also so ist es bei mir jedenfalls. Und ich finde, man kann nicht den Respekt vergleichen, den ich meinem Ex-Freund gebe oder dem ich meinen aktuellen Partner gebe. Ja, also damit hat Carina das bestätigt, was ich persönlich mir schon sehr, sehr lange über sie gedacht habe. Und zwar, es gibt ja verschiedene Typen von Menschen. Carina ist der Typ, das habe ich auch schon bei Aito gesehen, der, die ihren Partner, auch wenn das jetzt nicht der feste Partner ist, auch wenn man noch nicht gesagt hat, wir sind in einer Beziehung, sondern wenn man sich gerade kennenlernt, der ihren Partner, nee, die ihren Partner immer in erste Stelle stellt und eben immer loyal gegenüber dieser Person ist. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit Christina Dimitrio zum Beispiel, also jetzt nicht charakterlich, aber Christina Dimitrio hat auch immer Alex über alles gestellt und wenn Alex Scheiße gebaut hat, hat sie Alex erstmal nicht dafür verantwortlich gemacht, sondern eben die andere Frau oder wen auch immer und stand immer wie eine Löwin quasi hinter oder vor ihrem Alex, genauso wie Carina, immer loyal gegenüber Sasa oder jetzt eben Yasin ist. Das hatte ich ja schon mal in einem anderen Video vor irgendwie ein, zwei Wochen gesagt, weil das eben nicht mit Yasin übereinstimmt. Yasin ist da ein ganz anderer Typ. Yasin stellt seine Partnerin nicht an die erste Stelle. Yasin ist überhaupt nicht loyal. Yasin ist in ganz vielen Angelegenheiten, was Frauen angeht, nicht respektvoll und hat da eine komplett andere Vorgehensweise als Carina. Und ja, ich finde auch, wenn Carina das ihrem Partner gibt und wenn sie ihren Partner eben an erste Stelle stellt und loyal ist, dann natürlich verdient sie das auch zurück. Aber das heißt nicht, dass man einen Menschen ändern kann und das jetzt auf einmal Yasin zu einem loyalen Mann wird, weil er das von Carina bekommt. Leider Gottes. Man bekommt nicht immer das zurück, was man gibt. Und Carina hat sich ja darüber gewundert oder hat sich gefragt, was mache ich falsch? Warum passiert das immer? Jetzt schon wieder? Ich habe da keine Lust mehr drauf. Naja, ich würde sagen, wenn man sich die Männer anguckt, ohne jetzt wirklich irgendwie, also ich will jetzt nicht gemein gegenüber den Männern sein, aber das sind für mich persönlich keine Typen, die ich jemals in Betracht ziehen würde für eine Beziehung aufgrund ihres Verhaltens. Sowohl Sasa hat sich so verhalten, wie ich persönlich niemals einen Mann für eine Beziehung in Betracht ziehen würde und Yasin eben auch. Das können mit Sicherheit gute Kumpels sein, mit denen kann man Spaß haben. Die sind vielleicht auch in einer Freundschaft loyal und treu und für den anderen da, aber eben nicht in einer Beziehung. Vielleicht irgendwann mal, wenn die an sich gearbeitet haben, aber nicht jetzt. Natürlich ist es nicht schön, mit anzusehen. Also für alle, die es nicht wissen, ich sehe das zum gleichen Zeitpunkt, wie ihr es tut. Viele Sachen habe ich ja gesehen, weil sie es ja direkt vor meinen Augen gemacht haben. Aber solche Dinge wie, was muss ich tun, dass ich dich küssen darf, das sind alles Dinge, die ich gar nicht wusste und die ich jetzt im Nachhinein erst gesehen habe und natürlich fühlt sich das komisch an. Und man fängt an so, darüber nachzudenken, wie die Menschen in deinem Umfeld sich eigentlich verhalten und wie falsch die Menschen doch eigentlich sein können. Aber mehr kann ich zum Standpunkt jetzt auch aktuell nicht sagen. Aber natürlich ist es nicht schön, so etwas mit anzusehen. Ja, und das ist halt noch so ein Punkt, den ich einfach nicht nachvollziehen kann, warum alle Leute sich da raushalten. Ich verstehe zwar schon, dass man sagt, okay, ich will mich nicht in die Angelegenheiten von anderen Leuten einmischen, aber ich finde, wenn man sieht, dass Ungerechtigkeiten passieren, dann kann man dazu schon was sagen. Ja, es wird mit Sicherheit nicht jeder immer alles mitbekommen haben, aber die Leute wissen ja, wie close Carina und Yassin waren und die Leute sehen jetzt, was Yassin eben so mit Laura macht. Und deswegen finde ich schon, dass das nichts irgendwie mit Petzen oder in den Rücken fallen oder so zu tun hat, wenn man eben den Mädels sagt, pass auf Mädels, ihr müsst das oder Frauen, ihr müsst das oder ihr solltet das wissen, dass Yassin eben zu dir das und das sagt und zu dir hat er das und das gesagt, damit ihr einfach Bescheid wisst, wenn ihr weitermacht mit ihm und euch trotzdem darauf einlasst, okay, fein, eure Geschichte oder euer Bier. Aber man sollte zumindest diese Information haben. Und wenn man sagt, okay, ich will mich aber nicht einmischen, ich will da nicht hinter Yassins Rücken gehen und den Frauen das erzählen, was er halt mit beiden so macht, dann kann man auch zu Yassin gehen und sagen, ey Yassin, ich finde das kacke, was du eben mit den Frauen machst. Bitte klär die darüber auf und wenn nicht, dann mache ich das. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin kein Fan davon, dass wirklich alle sich da raushalten und sowohl Carina als auch Laura beide im Dunkeln gelassen werden. Das ist voll okay, Leute. Also ich kann das alles ab und die ganze Schläge, die ich gerade abbekomme, die nehme ich auf. Das ist kein Problem für mich und ich bin der Meinung, wer zuletzt lacht, lacht am besten und man weiß ja auch, was alles noch so passiert. Also ich weiß das ja. Und von daher bin ich ganz gechillt und weiß, dass das noch gut enden wird. Genauso dieser Kommentar. Also ich weiß nicht, ob bei mir der Knacks ist oder ob die anderen einen Knacks haben, aber ich denke mir halt, lebt ihr komplett an der Wahrnehmung vorbei. Wie könnt ihr denn das Verhalten von Paulina und Yassin vergleichen oder das Verhalten von mir und Yassin? Weil Yassin und ich haben uns füreinander entschieden zu dem Zeitpunkt. Yassin hat sich gegen Paulina entschieden. Die beiden haben keine Zukunft mehr gehabt. Das Ganze wurde wortwörtlich so ausgesprochen. Und dann ist es für mich nicht das Gleiche, wenn ich mit meinem Partner, für den ich mich entschieden habe, Partner, ich sage es jetzt einfach mal so, natürlich waren wir zu dem Zeitpunkt nicht zusammen, ob ich mit dem rummache oder ob er mit einer anderen Frau vor mir tanzt, wenn ich gerade seine Partnerin bin. Das ist für mich 0,0 das Gleiche. Das eigentliche Problem an der ganzen Sache ist, dass Yassin mal wieder eine Frau oder mehrere Frauen im Dunkeln lässt. Er will Karina an sich nicht verlieren, und deswegen versucht er, das hinter ihrem Rücken zu machen, damit sie nicht sauer wird. Was aber nicht funktioniert. Man sieht ja die ganze Zeit, wie er hin und her gerissen ist. Aber die ganze Zeit eben diese Ego-Schiene fährt und dabei nicht an die Frauen denkt, sondern nur an sich selber. Deswegen muss ich sagen, mich stört es auch ein bisschen, oder mich stört es sehr, dass auf Social Media immer nur über die Frauen diskutiert wird, immer nur darüber, Karina ist scheiße, Paulina ist scheiße, Laura ist scheiße, irgendwie sind alle scheiße und die Frauen haben was Schlechtes verdient. Das kann ich ja absolut nicht nachvollziehen, weil ich persönlich will, dass niemand leidet. Also ich gönne das weder Yassin, noch Paulina, noch Karina, dass sie traurig sind. Aber ich lese sehr, sehr wenig über Yassin, weil Yassin hier eben das Problem ist, der eigentlich die Verantwortung trägt. Und das Ding ist ja auch, er ist nicht an Karina gebunden, er muss sie jetzt nicht heiraten oder so. Aber Yassin entscheidet, was er zu Karina sagt und welche Versprechen er ihr gibt. Gut, er hat zu ihr gesagt, keine linke Scheiße mehr, er fokussiert sich auf sie. Es wäre was vollkommen anderes, wenn die beiden locker daten würden, wenn die beiden, oder wenn Yassin zu Karina gesagt hätte, vorher, ich finde die Laura gut, ich will auch mit der dancen, ich will das und das mit der machen. Dann kann Karina für sich entscheiden, gut, akzeptiere ich das oder bin ich schon irgendwie zu investiert und mir tut das weh, ich entferne mich dann lieber oder was auch immer. Aber Yassin macht halt immer und immer wieder diese linke Scheiße. Und das nervt mich. Und deswegen, ich sehe hier auch keinen Schuldigen bei den Frauen, nicht weil das Frauen sind, sondern weil Yassin der Übeltäter ist. Yassin trägt hier die Schuld und nicht die Frauen. So, und eine Sache, die ich dazu noch sagen muss, ganz kurz, ist ein weiterer Unterschied zwischen diesem Dreieck mit Paulina und diesem neuen Dreieck mit Laura, dass eben Karina, das habe ich im Video vorhin schon gesagt, deswegen jetzt nur noch mal kurz, dass eben Karina keine Erwartung an Laura stellt, also an die fremde Frau, die ihr zu keiner Loyalität irgendwie verpflichtet ist. Deswegen, ich fand es schon nett, dass Laura überhaupt mit Karina reden wollte und da eben sich um sie gesorgt hat, obwohl die beiden sich überhaupt nicht kennen. Das ist eine sehr, sehr nette Geste. Aber Karina weiß, dass die Laura ihr zu keiner Loyalität verpflichtet ist und stellte auch gar keine Ansprüche an sie. Im Gegensatz zu Paulina, die des Öfteren zu Karina gegangen ist, die auch des Öfteren Karina von Yassin weggezogen hat und so. Und ich habe damals, damals vor ein paar Wochen schon gesagt, ich persönlich würde mich das gar nicht trauen. Das wäre was anderes, wenn das eine Freundin von mir wäre. Aber ich würde mich gar nicht trauen, zu einer fremden Frau, die ich gar nicht kenne, hinzugehen und da irgendwelche Ansprüche zu stellen, dass die die Finger von meinem Ex-Freund lässt oder von meinem aktuellen Date-Partner oder was auch immer. Sondern die Erwartungen stelle ich immer an den jeweiligen Mann. Also in meinem Fall jetzt. Kann natürlich immer andersrum sein, um das klarzustellen. Aber in diesem Fall haben wir eben diese Geschlechterkombination. Ja, zum Zeitpunkt jetzt kann ich dazu nicht viel sagen. Aber ich sage mal so, Leute, ich habe ganz, 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 ganz viel in meiner Tasche. Und wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann geht's los. So, und das war es mal wieder. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin super gespannt darauf, was ihr da über die ganze Sache bis jetzt zumindest denkt. Ich hoffe auch, dass die weiteren Gespräche noch gezeigt werden. Vor allem das Gespräch zwischen Laura und Carina. Und verabschiede mich erst mal von euch. Vergesst nicht, das Video zu liken. Das wäre auch super. Ich drücke euch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.